Schauen wir mal, was du hier noch so alles vergessen hast. Da, ein Loch. Zack. Noch ein Loch. So. Hammer, da ist was runtergefallen. Ah, das kann man kaputt machen. Hiwi. Komm, ich befreie dich, wenn ich dich treffe. Klopfst du gegen alle Bäume hier oder nur gegen meinen? Eigentlich hätte ich vor gegen alle. Nein, da habe ich was gesehen. Hör. Hör. Da-da-da-da-da-da-da. Äh. Oh. Hör. Hör. Ah. Ah, zu langsam. Hör. Hör. Oh, da kommt wieder wer. Oh mein Gott. Ach. Ja, wie soll ich die denn kriegen, ey? Warte mal. Jetzt reicht's mir. Hä? Jetzt kannst du weg. Plüpp. Plüpp. Wie soll ich die denn kriegen, ey? Alter. Wie soll der das gehen? Ah. Schießling. Warte mal. Ich mach erstmal hier. Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. So, pass auf. Ich mach den. Den weg. Den weg. Den weg. Und dann hat er keine Chance mehr. Ah. Aha. Ach, du warst das. Ich hätte es nie so schwierig gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Hier, lass es mich wieder gut machen. Uah. 1000 Points. Äh. Die Metalldetektoren? Äh. Wo find ich die denn? Höh. Ich tu je. Ach ja, meine Freunde. Meine Freunde. Äh. Äh. Verdammt. Äh. Ganz blöd angeordnet. Oh. Oh. Jetzt hab ich es sogar noch rückwärts. Auch nö. Ich hab keine Ahnung. Doch, ich hab ne Ahnung. So. Und. So. Und dann mit den Stiefeln wieder. Aber ich weiß nicht, wo ich perfekt drücken soll. Weil ich es einfach nicht drauf habe. So. Hammer. So. Alle weg. Bäm. Voll explodiert. Jetzt machen wir hier das Riesenloch zu. Hey. Und ho. Und. Noch mehr. Juh. Gibt die Münzen. Gibt die Münzen. Oh. Ich hab kein Papier. Schnipsel mehr. Ich brauch mehr Papier. 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 Schnipsel. Was ist denn da? Zup. Komm mal her. Aha. Juhu. Jetzt bin ich frei und kann im Flug Freudensprünge machen. Machst du mit? Nee. Ich will lieber hier mal. Was war das? Oh. Da war noch ein Toad versteckt. Überraschung. Pilzsammler. Aha. So. Was ist das hier? Boing. Boing. Ach. Guck mal hier. Oh. Das ist ja schick. Boing. 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 Yeah. Ja. Ja. Boah. Sieben Toads gerettet. Coole Sache. Ich will nochmal. Ping. Ping. Oh. Geht nicht mehr. Wie schade. Hey. Bleib mir vor der Fälle. Hab dich noch betroffen, ey. So. Und jetzt. Oh. Oh. Jetzt hat er seine Freunde geholt. Das ist ja. Überhaupt nicht nett. So. So. Und so. Sehr schön. Und dann benutzen wir natürlich den Hammer. Und nochmal. Weil es so schön war. Bäm. Bäm. Yeah. Gib das alles her. Gib das alles her. Gib das alles her. Wehe. So. Mach hier mal zu. Guck mal. Oh. Ich hab den Picknick-Pfad. Rappariert. Nee. Oh. Guck mal. Zu weit haben die mich angegriffen, ey. Fiese, fiese Gumbas. So. Gib mal hier dem Money. Ordne die Gegner an. Äh. Ich mach erstmal hier ein bisschen. Wuhu. Los. Helf mir. Helf mir. Ja. Und dein Herzilein. Perfekt. Und währenddessen, ähm. Ordne ich euch mal hier zu mir. Und dich auch. So. Und dann wieder auf den Kopf. Bob. 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 Bam. Und auf den Hammer. Hau ich euch. Shy Guys. Wuhu. Natürlich mit nem Salto weg. Oh. Ja. Alles klar. Da kommen direkt zwei. Mhm. So. Das heißt, ich muss, äh. Die nach vorne holen. Und, äh. Ähm. Dich darüber holen. Bob. Yes. So hab ich mir das vorgestellt. Und. Eine Perfektion in der Relation. Schon wieder nicht. Dann mit dem Hammer. Das hab ich ein bisschen besser drauf. Oh, diesmal nicht. Aber hat ausgereicht. Schöne 450 Münzen dazu bekommen. Und jetzt muss ich mal hier mal, äh. So. Schnipsel. Oh, Haltknopf. Schnipsel. 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 Aber ich frage mich immer noch, wie ich da zu dieser geheimnisvollen Röhre komme. Wofür ist das hier? Oh, guck mal. Juhu. Toll. Äh. Und jetzt? Äh. Wie muss ich das jetzt machen? Keine Ahnung. Ha, 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 er ist zu mir geschwommen. Ein Toad. Äh, jetzt hab ich nicht hingeguckt. Was hat, was ist denn da passiert? Äh, es war dein Toad. Ach so. Warum hat er nichts gesagt? Ist das gerade wirklich passiert? Ich kann nicht mal schwimmen. Ach, er war das. Okay. Okay, 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 ähm. So, warte mal. Was haben wir denn hier noch für... Hey, triffst du mal? Äh, äh. Mh, ha, e, u. Okay. Dann, warum ist diese... Oh. Schon wieder einen gefunden. Ich hab schon dreimal geblüht und es ist noch niemand aufgefallen. Aha. Schön für dich. Hup. Ach, macht es mir doch so kompliziert, ey, oh du, oh je, nee, nee, ey, ich kann nur in Richtung, ey, ja, was ist los? Denn dahin? Und... Ähm, hm. Ja, ich weiß es nicht, wie ich kriege ich den jetzt. Ich hab nur noch einen zu. Ähm... So. Ich hau erst mal diese hier weg. Da bin ich ein bisschen besser. Juhu! Boah, die haben nur Zehner abgekriegt. Das ist ja natürlich... Nicht so der Hit. Hopp, hopp, hopp. Ich drück doch genau, wenn er auf dem Kopf püfft, man. Uah, ha, ha, ha. So. Dipp, 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 dä. Oh, da. So. Hopp, 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 hopp. Auch nicht, auch nicht. Hm, 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 hm. Na gut. Dann eben nicht. So. Äh. Das hier, das hier, das hier. Es gibt hier noch schönes. Verstecktes. Warum ist da so ein Loch an der Wand? Hey, hey. Einfach nur so zum Spaß. Ach so, das hier hatten wir auch noch. Äh? Oh, warte mal. Oh, jetzt trifft er das nicht. Ah, dieser. So. Na, 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 na. Gratis. Gratis. Äh, was ist das? Ach so, ziehen. Huh. Ah, ein Toad. Hoffentlich hattest du keine Schatzkarte oder Schiffsrolle mit uralten Geheimnissen erwartet. Naja, doch. Eigentlich schon, aber... Naja. Was soll's. Da, 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 da. So, ich mach' ich auch noch. Blatt. Ich mach' hier Grundsäuberung. Da, 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 da. So. Zack. Join, 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 join. Alle down. Das ist schön. Was ist da auch schon wieder rumgeflogen? Ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Ach, ich bin geflogen. Jetzt kann ich nur noch flattern. Oh, guck mal. Da oben ist jetzt was rausgekommen. Aber... Hau mal, ich weiß nicht. Äh. Ah. So ein Loch hab' ich vorhin schon mal irgendwo gesehen. Ah. Ja. Aber erst mal mach' ich jetzt mal. Ups. Tschuldigung. Da, ist schon wieder da. Ey. Ey. Er hat mich einfach gehört. Ja, aber du hast... Oh mein Gott. Ich brauch' Hilfe. Hilfe. Gib mir Hilfe. Und ein Herzi wieder. Geil. So. Wie ordne ich euch jetzt an, meine Freunde? Äh. Äh. Hallo? Ach so. 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 Ja. Genau. Wieder mit dem Hammer. Äh. Ja. Nicht perfekt. Aber egal. So. Komm schon. Juhu. Jetzt war aber perfekt. Na, er war immer noch kein Perfekt. War nur spitze. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Mach mich nicht platt. Jetzt fühle ich mich, als hätte ich Superkräfte. Äh. Hallo? Wie? Lauf nicht weg, Mann. Alter. Hallo? Was machst du denn? Bleib stehen. Alter. Äh. Jetzt ist er einfach weg. Ich fasse es nicht. Ich glaub's ja nicht. Ich wollte dich doch retten. Mann, Mann, Mann. Kannst du so schneller sein sollen? Hä? Hm. Na gut. Aber orgesinsel muss ich ja noch da oben an das Fragezeichen kommen. Wahrscheinlich. Oh, guck mal hier. Boom. Och nö. Ich hab das ganze Picknick verpasst. Ich hoffe, dass zumindest noch etwas Kartoffelsalat da ist. Ja, ihr miese Peter. Lauft. Lauft. Ja, ich wollte gerade ganz friedlich meine Picknickdecke ausbreiten, als ich zusammengefaltet wurde. Danke für die Rettung, Mario. Bitteschön. So. Durch. Hopp. Oh, wieder eine. Feuerblume gefunden. So, jetzt hab ich hier eigentlich... Alles... Sauber gemacht, oder? Außer die Röhre da. Aber... Da weiß ich jetzt nicht. Außer... Da oben ist eine Kante. Hm. Oder hier? Auch nicht. Wie ich an diese Kante kommen soll. Hm. Da waren wir auch schon. Wie komme ich an diese Kante? Vielleicht oben runterfallen lassen? Kann ich überhaupt auf solche Kanten? Warte mal schauen. Ich kann auf jeden Fall schon mal da runterfallen. Ach ja. Warte mal schon mal. Hier liegt noch was. Ziehen. Wuh. Boah, ich muss riesen... Verdammt. Verdammt. Erst so eine Kante kann ich nicht irgendwie... Kann ich nicht irgendwie... Ja. Schön, Freunde. Schön. Könnt ihr das... So. So. Äh. Und so. Ja. Besser hab ich's nicht hingekriegt, meine Freunde. Ich hol aber erstmal... Geh hier weg. Oh. Das war nicht so gut. Nochmal. Hm. Naja. Oh. 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 Ah. So. Zack. Und zack. Stiefel. Ausführen. Bob. Der. Bau. Meister. Hehehe. So. Ich merke schon, das wird... Das ganze Gesammler. eine lange Geschichte hier. Oh. Ich hab mal hier... Oh. Da ist schon wieder rausgefallen. Mann. Wie viele sind denn hier überall versteckt? Wahnsinn. So, warte mal. Ey, haben wir die Kiste schon? Ne. Sonst würde ich ja nicht da liegen, ne? Aber... Wie? Kommt man denn. Ah. Warte mal. Äh. Oder auch nicht. Ne. So komm ich da nicht hin. Das kann ich nicht nochmal drücken, ne? Ah, doch. Sieh an. Ha. Ja. Ach, den kommt... Ah, da ist noch ein Brief. Sieh an. Danke für seine Mühe. Dank dieser Erfindung fand ich sogar mich selbst. Äh. Nicht sehr hilfreich. Nicht sehr hilfreich. Ah, da ist noch ein Loch. Treffen muss ich auch noch. Ja, jetzt nicht mehr. Aha. Leicht... Äh. Oh mein Gott! Ja, ordne die Gegner an. Einmal so und einmal so. Und dann. Weiß ich immer noch nicht, wo ich drücken soll. Lallina. Vielleicht beim Runterfallen. Mal gucken. Also. Up down. Up down. Up down. Up down. Gibt auch nur prima. Naja. So. Zack, 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 zack. Hallo. Noch jemand drinnen? Nee. Nee. Haha, ich komme da nicht rüber. Na gut. Bisschen nix. Ah, da ist noch einer. Haha. Super. Ah ja. Jetzt können wir mal schauen, was haben wir denn hier auf der Map. Also die Läscher sind repariert. Also die Läscher sind repariert, hier sind die Läscher repariert, hier nicht. Aha. Keine Mini-Dinger gefunden. Fragezeichen. Toad ist gerettet. Hm. Also es sind immer noch ein paar freshe Geheimnisse, aber vielleicht kommt das, kommen wir da erst später dran. Denke ich doch mal. Wenn wir da oben, wenn wir da oben wieder mal irgendwann zurückkommen. So. Dann haben wir hier. Ah, da oben ist noch ein Loch. Das habe ich doch vorhin gemeint. Hallo. Oh, oh. Guck dir das an. Da kommt ja jede Menge raus. Ich bin der Letzte. Das ist hoffentlich keine Enttäuschung. Oh, ich meinte nur, dass ich der letzte Toad bin, der in dem Loch aufgerollt war. Ansonsten gibt es noch ewig viele von uns. Oh mein Gott. Verdammt sind hier viele. War das Loch eigentlich jetzt hinten zu? Äh, weiß ich nicht. Ja. Ich musste ja tausendmal kreuz und quer laufen, ey. Uah. Mit der Röhre weiß ich immer noch nicht. Ähm. Äh. Ja, sieht's aus, ne? Ist nichts mehr an der Wand. Das war ja hier. Ach, okay. Gut, dann ist das auch richtig zu. Hm. Dann? Weiß ich nicht, wie ich da rüberkomme. Ach so, wenn ich erst den Schleifen wechsle, wahrscheinlich. Amor. So. So. Oh, den konnten wir ja kaputt machen. Ist gut. So. Oh, wo kommst du denn schon wieder her, ey? Da hätten sie ganz viele. Ach so, das gehört ja noch dazu, stimmt. So, jetzt. Ah, nein. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Lasst mich in Ruhe. Schnell in die Röhre. Da wollte ich noch rein. Aber hier gibt's auch noch. Oh. So, sieh mal an. Den hätten wir doch fast vergessen. Oh, ich hab was bekommen. Hä, was denn? Oh, ein Herz. Juhu. Hä, hier tippt halt was. Hat die denn schon was gepätsert? Hä? Komisch. Da kommt gar nichts raus. Yay. Da kommt auch nichts mehr raus. So, dann geh ich mal hier rein jetzt. So, wie wir es wollten. So, wie wir es wollten.